Bei einem neuen Live von mir ist ein neuer Account von mir, ich habe einen anderen Account, habe mich auch mal live gegangen. Aber hier auf dem Account verschenke ich sehr viele Waffen und fallen halt, weil ich habe genug Sachen hier, ich verschenke und ich trade auch. Ich brauche ein paar Sachen wie zum Beispiel Sonnen oder sowas. Einmal bitte schön reinkommen, da hat man kein Problem damit. Einfach reinkommen und ich verschenke euch dann ein paar Waffen halt. Vielleicht freut euch dann, weil ich kann euch zum Beispiel jetzt 5 Totengeber oder sowas geben, oder was ihr halt eben braucht. Ich habe 56 Totengeber, damit kann ich eh nichts anfangen. Und that thing. Ich muss gut ziehen, dass mehr Leute halt drin sind. Ich brauche auf jeden Fall wirklich sehr viele Leute. Weil ich mache dann auch, äh, ich mache dann am Ende auch nur so eine kleine Verlosung und sowas. Und das soll nicht, mit denen ich läutern werde, wenn ich verstehe dich mal. Hier lagen so viele Sachen letztens. Okay. Okay. Ein Moment, ich mache jetzt einen TikTok. Vielleicht hilft es mir auf jeden Fall, dass ein paar Leute noch reinkommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, es kommen wirklich sehr viele rein, weil ich muss ein paar Waffen von mir loswerden. Ich bekomme jederzeit, wenn ich will, neue Waffen. Mit so vielen Waffen kann ich so oder so nicht anfangen gerade. Ich kann euch zum Beispiel 106er Waffen herstellen. Ich kann euch auf jeden Fall wirklich sehr viele Sachen empfehlen von mir. Hey Leute, was geht? Ich bin gerade auf TikTok hier live und... Ach komm, was für TikTok, Digga. Nein, nein, wieder zurück. Hey Leute, was geht ab? Ich bin gerade auf YouTube live, also rette die Welt. Und wenn ihr reinkommen wollt, bitteschön, ich verschenke 50 Waffen an jede Person. Hey Leute, was geht ab? Ich bin gerade auf YouTube live, also rette die Welt. Link in meiner Bio, also über meiner Bio neben folgen. Ihr müsst mir auf jeden Fall folgen, meinen Discord beitreten. Danach bekommt ihr 10k Mats. Scheiße, Digga, was ist das hier? Hey Leute, was geht ab? Ich bin gerade auf YouTube live und ihr könnt gerne reinkommen. Ich verschenke Waffen, 5 Waffen pro Person oder mehr auch. Traden, ich werde auf jeden Fall auch traden. Und ich werde euch auch 5k Mats, jede Person. Sonnen werde ich euch geben. Mindestens 1k, weil ich habe zur Zeit auch nicht so viel. Wenn ich mir wieder neue besorge, dann bin ich auf jeden Fall wieder live. Kommt auf jeden Fall jetzt rein. Link ist neben meiner Folgeanzahl. Einfach raufklicken bei Instagram Zeichen. Danach, eins nach unten, da steht mein YouTube-Zip da. Einfach raufgehen. Und danach einfach mal live reinkommen. Ich verschenke auf jeden Fall wirklich sehr viele Sachen. Bitte schön. Ja, okay, das war am Ende. Das war jetzt Spaß, ne? So, keine Ahnung was. Aber ja, da kommt einfach rein. Ja, da bist du gleich. Leute, 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 Leute. Ich verschenke Waffen. 5 Waffen pro Person oder mehr auch. Traden. Ich werde auf jeden Fall auch traden. Und ich werde euch auch 5k Mats. rein geben. Deswegen weiter. Hey Leute, was geht ab? Schönen guten Tag euch allen. Ich bin gerade hier auf YouTube live. Ihr einmal hier schon live oben. Ich bin hier in Rett in die Welt. Und ich warte auf Zuschauer natürlich. Deswegen frage ich euch. Wer von euch spielt Rett in die Welt? Könnt gerne reinkommen. Schreibt euren Epic Namen rein. Dann adde ich euch. Und danach können wir zusammenspielen. Juhu. Und übrigens. Mein Link. Also Link, dass ihr bei mir reinkommt. Ist einfach neben meinen folgenden Dings. Also neben diese folgenden Dings. Ihr müsst einfach nur bei Instagram Button drücken. Danach über Instagram ist dann mein YouTube Kanal verlinkt. Danach einfach aufklicken in mein Live-Game. Schreibt euren Epic rein. Ich adde euch. Und danach verschenke ich euch. 5 oder 10 Waffen. Kommt drauf an wieviel ihr wollt. Und ich werde euch natürlich auch 5 oder 10 K Metz geben. Ey Leute, was geht ab? Auf jeden Fall noch mal los und auch noch ja. An alle. An alle. Kommt schnell rein. Kommt schnell rein. Kommt schnell rein. Kommt schnell rein. und schluss ach dega dega deaum 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 so so und schluss steck rdb steck rettet die welt steck verlosung junger dekka verlosung bitch ja ja dass mein video noch viral geht mal wie viele was mich hier hat digger die deaum uuuu verlosung mo uuuu 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 Daaaam, daaaam, Junge, daaaam, heaaam, paar Doppel-Element-Waffen werdet ihr euch nicht aufgeben, einfach nur rein, rein in die Eure-Match. Ahi joa! Das war's für heute. Das ist die erste Verlosung hier. Das ist die erste Verlust. 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 Das ist geil. Dann gibt's hier keinen Platz mehr für andere Sachen. Wie dann ist meins? Das ist die erste Verlust. Ja, okay. Man kann nicht klauen oder sowas. Ja. Das ist die erste Verlust. 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 Hm. Okay. Und ich baue erst mal zu Ende so, dass dieses Steinwald nur für Dings ist. Da Liebe zu Mama? Kopfhörer, schweiß ich. Ich kann nicht mal sehen, Digga. Was für ein Leben hier bin jetzt. Spaß, Leute. Spaß, Spaß, Spaß. Wala, Spaß. Wala, Billa. Wala, Billa. Das ist wohl nicht Spaß, Mann. Wala, Zucker. Wala, Zucker. Ei, ei, ei. Schau dich mal an. Hey, an alle. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach, Scheiße. Scheiße. Und wenn ihr Munition oder sowas braucht, dann müsst ihr mir Schrauben und Dings geben. Also ihr müsst mir natürlich auch ein paar Sachen geben dafür. Ah, dass ich euch ein paar Sachen gebe. Dafür müsst ihr mir auch ein paar Sachen, also ein paar Sachen geben. Weil dann ist es fair, wisst ihr? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Fangen wir an. Tut mir leid. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hmm 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 ah nicht ne 정도 und meidi training so hat dort kann nicht ja hat Ja, Digga, hey, bau doch. Hä? Was ist das hier? Okay, dann laket die schnell ab, so. Okay, so. Geht's nochmal so hier wollen. Und dann alle, wenn man etwas aus Versehen reingeworfen hat, dann einfach nur Bescheid sagen und ich mache euch das dann wieder auf. Ne, Digga. Fack doch nicht ab, Alter. Oh, nee, Mensch, das gibt's doch nicht. Das, warum ist aus, keine Ahnung, welchen Grund das jetzt nicht ging. Gar keine Ahnung, aber das geht jetzt. Wie, jetzt ist hier schon alles fertig. So, mach ich nochmal so. Egal, mach einfach die nächste. So, hier. Okay. Vielen Dank. Ja, so würde es nicht geil aussehen. Nein. Ich bin noch nicht dumm, Mann, ich habe das gewusst, irgendwas fehlt noch. Alle Epic Games sind auch ein bisschen verrückt. Aber nein. Nein, das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Ein Moment, Leute, bitte. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.